Das war auch mal selber ganz zu machen, aber für heute genieße ich es einfach mal nur teilzunehmen. Wir drücken dir die Daumen für deine Radrunde gleich. Das ist Laura Philipp, momentan das Maß aller Dinge auf der Ironman 70.3 Distanz, also auf der Hälfte. Sie heute Teil der Mainova Staffel hier in Frankfurt. Es ist voll und es ist richtig schön. Wir drücken dir die Daumen für deine Radrunde gleich. Das ist Laura Philipp, momentan das Maß aller Dinge auf der Ironman 70.3 Distanz, also auf der Hälfte. Sie heute Teil der Mainova Staffel hier in Frankfurt. Das ist ein schönes Scherz. 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 Das ist der Punkt der Heilmophie. Das ist ein schlechtes Scherz? Das ist ein dichter Achterwyl. Ja, okay. Aber, haben wir gleich die Juska? Ja, die Juska. Ja, haben wir die Juska? Wir gucken auf die Führerinnen bei den Ladies. Die werden noch ein paar Minuten brauchen, bis sie hier in ihre letzte Runde reingehen. Und Sarah Crowley und Lucy Charles nach wie vor ganz nah beieinander. Eine Minute und zwei. Sie selber sagte, ich bin mir da echt keiner schon bewusst. Aber manchmal gibt es halt so eine Situation, dass es so schwer hat. Und sie ist dann auf die... Eine Runde und dann diskutieren wir das aus. Na ja. Oder? Ich denke ich auch. Ja, die Fahne. Das gehört nicht. Juska! Juska! Wenn man eine dabei hat, dann fahrt die Flagge bekettet. Klasse! Ja, die Fahne. Das gehört nicht. Juska! Wenn man eine dabei hat, dann fahrt die Flagge bekettet. Klasse! Ja, die Fahne. Das gehört nicht. Juska! 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 Wenn man eine dabei hat, dann fahrt die Flagge bekettet. Fahne Zeit! Für sein Land! Für sich sein Land! Für sich sein Land! Für sich sein Land! Juska! Für sich sein Land! Juska! Vielen Dank.